Even after I was discovered, I continued to live on as much as I possibly could in that anonymity. I never sought fame or the spotlight. In fact, I never even wanted to get rich. I just wanted to be comfortable and that's all. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Comic Critique. Weiter geht's mit dem großartigen Werk von Karl Parks und wieder mit einem Ten-Pager, den er für das Magazin Walt Disney Comics and Stories im August 1943 zeichnete. Und zwar der Limber W. Guest Range. Zu deutsch Der sechste Sinn. Wurde auf deutsch im Goofy Magazin 7 1980 veröffentlicht. Ja, und auch wenn es die W-Range in der Originalfassung ist, hat es nichts mit einem viel, viel später auftretenden amerikanischen Präsidenten zu tun. Genauso wie Donald Duck auch nichts mit Donald Tusk zu tun hat. Worum geht es? In der Geschichte besuchen Donald und seine Neffen eine Ferien-Range, um einen Ausritt zu machen. Ja, die Geschichte ist dann eigentlich recht schnell erzählt. Donald verirrt sich und kann es aber nicht zugeben vor seinen Neffen und tut immer so, als wüsste er noch, wo es lang geht. Und dabei verirren sich die vier Enten immer mehr in der Wüste der USA. Dick, Trick und Track versuchen dabei wieder ihren Onkel auf den richtigen Pfad zu führen, ohne dass er merkt, dass sie ihn beeinflussen. Also ohne dass er praktisch sein Gesicht verliert. Auch interessant ist die Zeichentrickfilm-ähnliche Szene, in der Donald aus einer gashaltigen Quelle dringt und dadurch sich aufbläht wie ein Luftballon und auch so aufsteigt. Das ist ein Motiv, was in späteren Geschichten von Karl Parks wie Sumpfgnome oder Dicknickse später immer wieder vorkommt. Figuren, die sich aufblähen. Hier ist vielleicht schon der Grundstein dazu gelegt. Und mit diesen Gags geht eigentlich die Geschichte voran. Donald hat immer eine Idee und stürzt die vier dadurch immer weiter ins Verderben. Am Schluss schaffen sie es aber trotzdem irgendwie zurück. Ehrlich gesagt, keine sehr großartige Geschichte. Man hat diesen Gag, dass eine Figur nicht zugeben kann, dass sie sich verirrt hat. Und da das durch das Drama noch schlimmer macht, recht oft auch in Filmen, Komödien und so weiter. Vielleicht war es da zu der damaligen Zeit noch etwas Neueres. Ich glaube aber eher nicht. So muss man trotzdem dazu sagen, dass die Struktur der ganzen Geschichte funktioniert. Denn die Katastrophen, in die Donald seine Familie von Gag zu Gag stürzt, werden auch von Gag zu Gag katastrophaler. Also eine wirklich gut funktionierende Struktur. Wie gesagt, aus heutiger Zeit vielleicht ein bisschen oft gesehen. Man muss natürlich dazu sagen, Karl Bax war es nicht möglich, aus jeder Geschichte ein Meisterwerk zu machen. Man muss denken, er hat von 1942 bis 1966 monatlich ein, so eine Zehnseiter Geschichte gemacht. Und zwar von der ersten Story-Idee bis zur letzten Tuschezeichnung ganz allein. Und daneben hat er noch mehrmals im Jahr Abenteuergeschichten gezeichnet, so wie für andere Magazine. Also wirklich ein unglaubliches Oeuvre. Und da kann es schon mal sein, dass eine Geschichte dann vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, durchschnittlich ausfällt. Ja, und leider muss ich sagen, im Großen und Ganzen war es das schon. Danke fürs Zuschauen. Immer schön liken, sharen, adden und so weiter. Und bis zum nächsten Mal bei Comic-Kritik. Pfiat-Enk!